hallo youtube community willkommen nach quatsch ich bin das smarty kurz und knapp ein typisches smarty special ich habe mir was über fallout 76 überlegt und zwar möchte ich gerne den besten campplatz in fallout 76 finden dazu habe ich mir ein bewertungssystem überlegt und braucht euren rat eure tipps eure meinung treffe ich den punkt habe ich alles wichtige drin ich stelle es einfach mal vor und mach mal die heimliche tür auf und präsentiere euch diesen plan dieses bewertungssystem mit ein paar smartys und smileys viele bunte smartys lasst uns auf den punkt kommen erster punkt die umgebung und atmosphäre muss natürlich bewertet werden ich habe einen zehner sterne system überlegt ein bis zehn sterne für die umgebung und atmosphäre wie aussicht zum beispiel ob es npcs gibt oder andere besonderheiten pre-existing structures ein eigener punkt gibt es an dem ort vorhandene strukturen die man nutzen kann auch hier ein bis zehn sterne für die bestehenden strukturen und natürlich den zustand dieser strukturen ihr kennt ja manche spots die sind dann so verfallen aber gut ich glaube das ist klar und der nächste punkt direkt level gefahr für das camp hier rückwärts gerechnet zehn so weniger gefahr so weniger stress für die spieler zu wenig reparaturen wie möglich wie ist der spawn fall von gegnern was passiert an dem camp und dann sind wir bei dem nächsten punkt baumöglichkeiten hier auch wieder eins bis zehn sterne für die geländemöglichkeiten gibt es hindernisse bäume sachen die das projekt gefährden vorteile durch das flache land und da habe ich auch noch den punkt drin da möchte ich wahrscheinlich den punkt reinbringen wie oft ist denn dieser platz im schnitt besetzt hier ein kurzer break ganz gewisse camps wie jetzt typisch white spring hinten den rasen also so was möchte ich gar nicht es zeigen das ist so casual so useless da schon wieder irgendwie ein video drüber zu machen da habe ich keine lust drauf ich möchte von vornherein die besonderen camp spots finden auch hier meldet euch schreibt mich an habt ihr noch einen spot ich werde eine liste der spots nach und nach veröffentlichen ich habe dazu auch eine grafik vorbereitet wo ich dann so die ganzen gebiete nacheinander abarbeiten möchte die präsentiere ich euch jetzt da seht ihr es auch noch mal ganz kurz da habe ich dann nämlich so die gebiete schon mal unterteilt auch so von meinen level empfehlungen eben den wald toxic rally erschieb savage hier den sumpf the mire und cranberry aber auch da lasse ich mich gerne noch eines besseren belehren und kommen wir noch mal darauf zurück ganz schnell auf die punkte die ich jetzt hier noch nicht genannt habe und das wären die letzten beiden nutzen und erreichbarkeit ein bis zehn sterne für den praktischen nutzen im alltag zum beispiel erreichbarkeit für andere oder die nähe von händlern oder bahnhöfen und camp extras wie besonderheiten extraktorenplätze wasser unix situation wie zum beispiel es gibt licht am spot andere npcs die regelmäßig auftauchen oder da habe ich ein oder 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 keine ahnung was ich da an oder stehen hatte das oder vergessen wir gut das war's schon das ist die vorstellung ich würde mich über jeglichen comment oder reaction von euch tierisch freuen danke dafür man hört sich bis bald und das war's tschüss